Sein Name ist Ebenezer Scrooge. Er kennt kein Mitleid. Viele Tausende müssen sogar das Allernötigste entbehren, Sir. Viele sterben wohl eher. Dann würde ich empfehlen, dass sie es tun. Dadurch verringert sich die überflüssige Bevölkerung. Doch eine Weihnacht... ...und drei Geister... ...werden ihn verändern. Wer bist du? Ich bin hier, um dich zu warnen. Du hast noch immer die Chance und die Hoffnung, deinem Schicksal zu entgehen. Du wirst von drei Geistern heimgesucht werden. Ich bin der Geist der vergangenen Weihnachten. Güte der Himmel, er lebt dich als Kind. Du fürchtest die Welt viel zu sehr, Ebenezer. Ich entbinde dich von deinem Versprechen. Bring mich fort, ich kann es nicht mehr ertragen. Tritt ein, Scrooge. Ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Wenn diese Schatten durch die Zukunft nicht verändert werden, stirbt dieses Kind. Nein, ich bitte nicht. Dadurch verringert sich die überflüssige Bevölkerung. Vom Regisseur Robert Zemeckis. Jim Carrey ist Scrooge. Disney's eine Weihnachtsgeschichte. Geist der Zukunft, ich fürchte dich mehr als alles, was ich bisher gesehen habe. Geist der Zukunft, ich bin der Geist der Zukunft, ich bin der Geist der Zukunft.